Willkommen zurück bei Hearthstone, dem mittlerweile vierten Versuch in der dritten Folge. Letzte muss sich leider abbrechen wegen technischen Problemen. Ich glaube, es geht schon wieder los, also, ja. Ist ja nicht so, als würde ich den ganzen Scheiß nicht mittlerweile auch mit dem PC machen können, aber der ist leider noch nicht ganz komplett. Vielleicht, dass man ein Bot zurückschicken muss, aber wir machen einfach mal weiter mit dem... solchen Fürst, an dem wir schon, ja, dreimal gescheitert sind. Das wird jetzt das zweite Loch mit dem Priester sein. Ja, meine CPU, der geht's gerade gar nicht gut mit dem Mist hier. Finde ich auch nicht ganz so toll, aber... Ja. Sind wir jetzt schon im Monat an der Scheiß-CPU umarbeiten? Ne, meine nicht an der CPU, sondern an einem Scheiß-Mainboard, dass das repariert wird. Fast im Monat und... Ja, hm. Was soll ich dazu noch sagen? Ich würde am liebsten den ganzen Rest vom Rechner, der ja eigentlich funktioniert, in den Schrott schmeißen, einfach nur, um das Ding nicht mehr zu haben. Damit es ja nicht mehr rumsteht in einem heißen Teil. Ach, jetzt kriegen wir einen für... Naja, egal. Ich sollte lieber Spaß beim Spielen haben, anstatt hier Frust über die ganze Technik dahinter. Weil meine... Ich weiß ja, was für bringt hier noch einen Einser hinzurufen. Ich hätte jetzt gerne hier die... Ich würde mal den gerne aufheben. Ich hätte jetzt gerne die Münster, würde ich den anderen hier rufen, nämlich den Spott. Und das ist eigentlich an sich schon mal deutlich besser als vorher. Okay, die Karte. Ich weiß ja, ob wir hier mit dem... ...überhaupt 10 erreichen werden. Und schau mal, wenn der jetzt den angreift, ist er weg. Wenn nicht, hat er halt noch ein Leben. Ist ja, wie so ein toll fände. Ach Gott. Er war klar. Ich finde das so, zum Gottsten ganz ehrlich. Okay, das bringt mir hier auch gar nicht alles zu viel. Ich kann nur den spielen. Der ist jetzt ziemlich unnötig, den Anzugreifen überhaupt. Aber lieber so. Naja, dann spielt er eine Zauberkarte, aber besser als wenn er halt noch da wäre. Wenn ich das jetzt mache, hat meiner gerade mal noch ein Leben. Aber ich glaube, das ist es wert. Weil dadurch kriegt er jetzt erstmal 5 und durch den dann 7. Ah ne, 8. 8 sind es sogar. Und ich habe ja die Karte noch. Die ich jetzt eigentlich gar nicht ausspielen sollte. Also machen wir erstmal die Sparversion. Und teilen nur den Typen. Wenn er 3 kann, kann ich auch nicht mehr alles zu viel machen. Von daher... 8 schade ist aber schon mal sehr schön. Okay. Das hilft mir schon mal ein bisschen, dass der Typ weg ist. So, jetzt sehe ich natürlich am liebsten noch einen leichten Buff. Für den. Ja, das ist mir egal, solange er jetzt das Ding hier nicht aufhält. Also haben wir ihn schon wieder fast ins Leben zurückgerufen. Dann könnte ich da jetzt... Dann machen wir es mal genau so. Oh nein, dieses... Fuck, ich wollte den dazwischen setzen, aber... Okay, das... Okay, das wäre jetzt eh scheißegal gewesen, weil er natürlich noch so eine Karte im Deck haben muss. Ich weiß, dass wir haben auch meine CPUs. Da kann ich eh nichts dran machen. Noch mehr als alles Unwichtige zu machen, kann ich halt nicht. Ja, komm, dann bleibt mir nicht mehr viel... ...Allo, Spielraum. Ich hoffe mal, sehr gut, hier wird das nicht überstehen. Ich bin alle sehr angreifen. Vielleicht geht es aber auch nicht auf mich. Oh, doch, was werden wir machen? Vielleicht auch die spielen sollen. Ach, gehen doch nie erlaubt mich. Aber die meisten Leute zumindest... Ach, das war ja auch schon. Ach, welchen Muster er das auch abzieht, ist mir vollkommen egal. Das ist eigentlich ein ziemlich... ...guter Ausgang für mich. Komm, wir müssen ein bisschen leben mir wieder. Wo ich könnte dann auch hier, ähm... ...werden sinnvoll. Wollen wir mal den weg. Und halt noch einen von den kleinen. Also ich schuze eben gerade wieder gezielt Karten zu, das ist mir schon klar. Das war's. Ich weiß aber auch nicht, wo sonst unsere große Chance liegen könnte, hier drin. Wie viele will er denn noch ausspielen? Das ist natürlich ein Nachteil für mich. Ich wollte halt auch mal meine Kartenwaffe. Wie viele hat er gerade seinen eigenen Karten-Trick, der kaputt gemacht. Ich bin jetzt gar nicht so frickelt, aber das hier, oh Gott, ja. Wo soll ich zu schlafen? ...mitten ins Gesicht. Ich weiß nicht, aber ich denke mal, das war wahrscheinlich der größten Mist hier. Das war's. Da bin ich schon mit einigen anderen Situationen deutlich vertrauter als mit dem, ja. Auch wenn das jetzt schon das vierte Match ist. Hauptsache ein paar Typen weg. Okay, wir verstehen, meine nächste Zauberkarte blocken. Das können wir auch gleich mal demonstrieren. Genau. Was andere wird wahrscheinlich einfach sein Typen wieder zurückholen. Sag mal nicht, dass er die nächste Zauberkarte blocken wird. Hm. So, Herr Lils, blockt ich könnte. Hier hat keiner fünf Angriff. Ja, verdammt ich. Ich meine, viel mehr hätte ich auch nie machen können. Ja, jetzt hat er sie jetzt zurückgeholt. In doppelter Ausführung. Was natürlich auch überhaupt nicht nervtötend ist oder... ...sonst wo kratzt. In Verbindung mit der Karte. Oh, da steht ihm jetzt aber gerade was an. Boom. Na was. Na, komm schon. Hau die Karten raus. Hau deine verdammten Karten raus. Ja, schaust du, was ich eher wiederbeleben sollte. Ich glaube, ich gehe mal auf mich, weil... ...da müsste ich schon sehr viel reinhauen. Nämlich alles, was ich jetzt da reingehauen habe. Das wäre gar nicht mehr so toll gewesen. So, jetzt habe ich ihn in eine relativ komfortable Situation sogar. Er kann nämlich nichts mehr spielen. Oh, und ich kriege den sogar nochmal weg. Das ist sehr schön. Oh, das ist sehr schön. Ich kann bitte noch eine Karte hier auftauchen. Das finde ich extrem hilfreich. Leider nicht. Hat er genau dahingestellt, wo es mir nicht viel bringt. Woll mal hin. Besser als gar nicht. Wir machen den Weg. Dann muss er nochmal zwei Karten ziehen. Was er nicht kann. Und jetzt auf fünf Leben runter. Ich habe ja nur eine Karte, die tatsächlich direkt Leben abziehen kann. Oh, das hat auch nochmal ordentlich weh getan. Tut mir leid, Kollege. Da sind so einige verletzt. Aber ich werde jetzt nicht seinen Typ malen. Das wäre nochmal richtig kontraproduktiv. Achso, das war's. Stimmt. Ich sage ja, das ist seine Schwachstelle gewesen. Stimmt, er musste ja nochmal ziehen. Er wollte doch nur helfen, wo Not am Mann war. Jetzt ist das Selly Not am Mann. Ja, ja, mein Laptop steht wieder. Ich würde ihm tatsächlich gerne nochmal irgendwie einen Schraubenzieher reintragen, um das zu beschleunigen. Deswegen will ich auch mal sagen, wieder eine kurze Folge. Ich werde gleich nochmal eine aufnehmen. Vielleicht gehst du nochmal irgendwie hin, dass das Ganze in die ganze Scheiße läuft. Aber ich weiß es halt nicht. Bis zum nächsten Mal.